Hey, yo, was geht's? Äh, ich meine natürlich nur wie gesagt, hallo. Holla, Krise. Heute geht's um... Danke, Mikrofonspender. Spender wahrscheinlich, äh. Danke, Mikrofonspender. Hey, heute geht's um Schule. YouTube. Twitch. Yeah. Also, was hab ich zu sagen? Ähm, gar nix. Mein Spaß. Also, äh, kurze Infos, äh, weil ich nämlich jetzt nicht mehr so aktiv sein werden kann, wie auch immer. Äh, ich hab nämlich den Stoff, äh, in Englisch der 8. bzw. 4. Klasse noch nachzuholen. In vier Wochen. Und das geht nicht so einfach. Und ich wollte auch irgendwie geregelte Zeiten. Und ich hab dann eben hier dann auf ne höhere Schule. Da hab ich generell nicht mehr so viel Zeit für YouTube-Videos und Streams. Äh, sprich Twitch-Streams. Und deshalb hab ich mir jetzt ein, äh, neues Projekt einfallen lassen. Startet am Samstag, ähm, um 8-12 Uhr live auf Twitch, vormittags. Ähm, generell, mein Zeitplan sieht ja zu aus. Ich würde immer jede Woche von Samstag, also Samstag und Sonntag von 8-12 Uhr ungefähr, kann man sagen, 8-13 Uhr, halt 8 Uhr Start, ähm, live streamen. Und eben das neue Projekt. Und das sind dann die einzigen Streams. Äh, wegen Schule. Und, ähm, halt ein Video am Freitag immer um 16 Uhr. Eben von diesem riesigen Projekt. Und ich hab auch einen 2-Channel. Und ich werd den jetzt mal pausieren, weil ich wollte eigentlich durchziehen. Aber ist jetzt halt nicht mehr möglich, weil ich hab halt die Zeit nicht mehr. Und ich muss jetzt auch halt das Video jetzt ready machen, also was ich grad aufnehme. Und dann muss ich halt schauen, dass ich, äh, also ich geh jetzt dann auch mit Freunden real life raus, die nächsten Tage. Und werd mal was anderes machen, hä hä hä. Und so, empfehle ich euch auch. Und ja, ich hoffe, ich seh euch, ähm, Samstag um 8 Uhr auf Twitch. Weil, würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr da seid, Amin, es ist Samstag. Das heißt, wenn ihr erst um 10 Uhr in den Streamen kommt, weil da jetzt aufsteht, ist es auch okay. Äh, wollte ich nur mal so anmerken. Und, ähm, wir sehen uns da im Stream oder im Video nächste Woche. Und ciao, ciao.